Es ist wieder soweit Cargo Montag, die Gameshow mit dem Güterzug. Güter gehören auf die Schiene. Das ist gut fürs Klima, das ist gut für die Wirtschaft und das ist auch gut für Sie. Denn heute gibt's die Bahncard 100 im Doppel zu gewinnen. Ein Jahr kostenlos Bahnfahren, erster Klasse für zwei und noch hunderte andere Preise. Merken Sie sich einfach möglichst viele Güter, die hier gleich vorbei rollen und tragen Sie sie dann auf unserer Webseite ein. Alles klar? Und los geht's! Alles gemerkt? Dann schnell auf cargomontag.de und mitmachen. Toi, toi, toi. Und nicht vergessen, Güter gehören auf die Schiene.